Hallo und herzlich willkommen liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu unserem Hamburger Sportverein und wie ihr oben schon im Kalender seht, am 30. Oktober 2013 ist es soweit. Tja, wir gehen auf die Runde des deutschen Pokals, also das ist hier wie gesagt das Ding, was in real life der DFB-Pokal, deutsche Fußball-Pokal, glaube ich, genannt wird. Und wir gucken mal ganz kurz, was Hakan so sagt. Ich bin gerade gut in Form, danke, dass sie mich eingesetzt haben. Ja, Hakan, du bist auch ein wichtiger Spieler für uns. Definitiv. Und von daher, gut ab. So, Trainer von SC Freiburg lobt den guten Adler. Ist doch toll. Ist doch wunderbar. So, gibt es hier sonst noch was? Oh, SC Freiburg im Tal der Tränen. Ja, wir sind froh, dass wir da nicht sind und irgendeiner muss da ja sein, solange wir es nicht sind. So, gibt es noch irgendwas hier? Best Leistung von La Saga. Es ist eh... Ne, da guckt euch den Jungen an. Laie von, äh, beenden. 360.000 verliehen am Hamburger. Ja, der ist großartig. Und wenn der zurückgeht zu Herder, das wäre, ähm, ja, absolut schlecht für uns. Ganz ehrlich, äh, das wäre, äh, nicht toll. Ja, so, und, ähm, wir müssen dann natürlich auch gucken, dass wir, äh, die anderen ausgeliehenen, äh, Spieler dann, äh, eventuell auch behalten. So, Pressekonferenz. Oh, da gehen wir hier gleich mal verunsichern, ne? So, äh, hallo, die... Ähm... Das ist gute Frage. Die Jungs sind angeschlagen. Sehe ich auch gerade. Also alle sind hier nicht, äh, Moral nicht, aber, äh, Energie sind alle nicht wirklich fit. Deswegen würde ich da auch ganz gerne wieder fürs rechte Mittelfeld erstmal Beister reinholen. Sua für Bacali Und auch Raphael van der Vaart erstmal für Dings So Können wir das so machen Genau Die restlichen gehen gerade noch so Könnten uns eigentlich auch Rootnefs nochmal reinholen Anstatt Lassoga Und dann holen wir Lassoga aber Statt Bacali mal rein Ach der ist noch gar nicht so gut Der Pierre So in den körperlichen Antibioten Okay Stärke hatte der für mir ne Na gut dann lassen wir Lassoga erstmal Ist natürlich doof also Warte mal ganz kurz Ne wir müssen den Lassoga doch mal reinholen Und dafür schicken wir dann Äh Ihn mal raus Ne wir haben eigentlich genügend Das ist das Problem Das ist das Problem Sieht hinten aus Hinten sind alle ganz gut Ich muss noch mal ganz kurz vorher gucken Wie gesagt Äh Damit wir das hier auch Ach der kannte zum Beispiel auch rechtes Mittelfeld Hat Stärke und Antritt hat der Stärke hat Dings nicht so Solle Wirds lieber Suhr oder Beister Aber ich denke mal Beister ist da besser getan Und mir droht das und Van der Van haben wir auf jeden Fall Und Beister wie der erfahrene Spieler Nee nee wollte ich nicht So Ohne würde ich sagen Äh deutscher Pokal Äh Ja du kannst definitiv kommen Wir müssten eigentlich auswärts Deswegen nehmen wir unser drittes Trikot Ja Dieses schöne neue rot-weiße da Total äh interessante Und äh so spät abends Okay Ist es heiter Dann ist mir das auch egal Ich nehme jetzt mal einen Schluck von mein Käffchen Heute hier Heute Sturm drücken Ja im Stadion Nettere sind wir Ja Wir werden heute gewinnen Im Stadion Lütze Bütz Raphael van der Vaart Nee da ist er doch schon So das überspringen wir denn mal ein bisschen So gucken wir mal hier Oh äh Potterborn spielt mit 4,2 oder A1 Die Jungs von der Von der Watercant Nee Watercant waren die aber nicht Die kamen doch irgendwo anders her Ich hab eben gerade keine Ahnung Ist einfach zu früh Und Meierlein Meierlein Ey das war Hunt Alter ey Wollte ich gerade sagen Mein Freund So wir gehen mal hier vorne ab Sehr schön Jansen Die Jansen Das war ein bisschen zu viel Des guten Oh my god Oh my god Oh my god Das war ein bisschen Heavy Raphael Hast du dir etwa die Hand genommen Ups Ja Der ist mein Chirurg Sehr schön gesehen da Auflucht Nee das ist so So war das nicht gedacht Boah Wird es Meier Was ist unser Meier Hat er sich da durchgesetzt Da schön dran rum Was für ein Blei Habt ihr gesehen Er hat noch so ein Schwung So ein Schwung genommen Nach innen So Das sieht gut aus Ja Foul hier an Sua Des gibt Elf Meter Elf Meter Des gibt Elf Meter Nee Fahne fahrt Elf Meter Ja Die ist Schön versemmelt Nicht versemmelt Den haben wir schön reingemacht Elf Meter Ja Ganz Ganz Nice Ganz Nein Das war jetzt nicht Super präzise Hörte auch Ganz böse Abgefangen werden Aber hey Es steht 0 zu 1 Durch Elf Meter Mit dem Angriff Auf Sua So Schön ausgetrickst Und er fahrt wieder zurück auf Meier Oh Herr Mutmeier Aber Böse attackiert Ach der kam ja wieder nicht durch Junge Oh Sua ist verletzt Das ist natürlich jetzt Genau das Was wir jetzt eigentlich Gar nicht brauchten Ne Das hier vielleicht noch Irgendeiner von uns Verletzt wird Oh Mal bei Kali Den rein Ach der ist natürlich Jetzt ganz übel Aber ich hab doch Geist gemacht Alter Der Junge So Ich war doch da Ganz harmlos Mensch Das Kind So Sua geht er mal raus Aber Kali Kommt für ihn rein Ist natürlich jetzt Sehr schmerzhaft Gerade Gerade Auch schon Die frühe Karte Nein Ich hab doch noch hier unten gezielt Alter FIFA Ey Die Saison Sau Bapsel Ist das doch hier So Oh ich weiß nicht Was ich da Versucht habe Aber ich hab da einfach mal Diesen schönen roten Knopf Versucht Ja kein Plan Kann man ja mal versuchen Auch Raphael Denkt sich mal Das kann ich auch Von so weit Erwählen Ach Ist Ist schon klasse Was die Jungs Da bringen Ach Hups Das war schon Unmils gestreckte Beine Komi 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 Na Rudi Rudi Wisch habe ich dir Mir gesagt Du sollst Nicht so agil Sein So Wenn man die LT-Taste drückt Die schöne Gute alte Trick-Taste Kann man da Nämlich auch Den Gegner Schön Ah Schön Gemacht Oh Jansen Wieder zurück Hier Ja Schön Lass mich Durch Ach Dann Hörte mich Da nicht Noch Fallen Können Ich Glaube Das war Sogar Im Elfmedia Raum Oh Sehr schön Gesehen Nein Da kommt Frau Garlin Jörne Sie Sagen Die Sie Sagen Beispiele Der Glaube Ich will mich Nicht alles Teutsche Auch von Hertha Kommt So Sogar Sogar Ein bisschen Sogar Kann So Fixen Ach Jungs Im zu Gittert Nicht Wunderschön Gesehen Hier Es Sieht Ab Weil Innen Drinnen Waren Denn Doch Alle Ganz Schön Bedrängt Gut Netz Und Bacali Da In Der Mitte Das Wäre Nichts Gewesen Ach Die Einfach Ab Aber Meier Hat Da Auch Schon So Ein Bisschen Mit Der Pumpe Zu Tun Hey Wir Sind Noch Mitten Im Spiel Es Läuft Richtig Gut Wir Dominieren Definitiv Diese Spielpartie Gegen Paderborn Und Ja Auch Wenn Wir Nur Erstmal Durch Ein Elfmeter Entführen Sind Kann Sich Das Oder Sagen Wir Mal Wird Sich Das In Der Zweiten Hälfte Ende So Und Da Sind Wir Dann Auch Schon In Der Zweiten Hälfte Wir Gehen Mal Ein Bisschen Mehr Auf Team Pressing Schön Gemacht Hier Von Die Neu Er Kann Sich Bacali Noch Nicht Richtig Durch Nicht Richtig Gut Durchsetzen Und Das War Verdammt Hammer Harte Geile Chance Und So Eine Aktion Müsse Wir Definitiv Hände Bisschen Nix Nix geworden Abstoß Ich hätte Vielleicht Noch Mal Ganz Kurz Zurück Ziehen Sollen Und Dann Mal Ist Ja Auch Eine Ganz Beliebte Art Und Weise Die Ich Gerne Spiele Ach Kannst Noch Kannst Noch Ja Aber Er Steht Hier Auch So Ein Kleines Steh Auf Männchen Wo Wo es gibt es jetzt abschluss ne ecke müsste ecke geben glaube ich so auswechslung hier bei parla born die mir kommt für zeitz und wir haben hier unsere erste ecke unsere zweite ecke ja da ist das ding drinnen von der fahrt wunderschön gemacht hier sehen wir es noch mal der ball kommt direkt auf ihn zu er sieht die freie linie keine chance da für den torwart von paderborn minute ja das war er jetzt habe ich doch geahnt wunderschön gemacht da hat ihn sich bei ist ein bisschen zu weit reingezogen wurde rudy wenn auch gefährlich behalten wir uns im ball ein bisschen hinten guckt euch das mal an hier paderborn ist ziemlich im angriff den gehen richtig doch wie ich das mal hasse alter wenn ich da gerade so so gut im dribble bin ich bin ja so gut im dribble und dann kommt da so ein arsch alter und dribbelt mich da so blöde aus ach lässt sich rudy holt sich doch einfach den ball er kennt da nix ja der kennt da nix so der nächste der von paderborn ausgewechselt wird kfz teile 24 ranzig so ranzig geht und kurz kommt und wir werden hier auch gleich mal auswechseln wenn jetzt hier mal ganz schnell ähm das ding machen ähm ich möchte hinten ganz gerne noch äh gerne machen du kannst du auch genau du konntest auch linkes mittelfeld kommst du mal für meyer ich möchte gerne ach so ich kann nicht mehr siehst du das forst auch schon so möchte ich es ganz gerne machen denn ich möchte gerne das mittelfeld noch ein bisschen überbrücken ja das problem ist wenn da keiner laufen tut mit tsch und mit ach nein wir haben wir einmal zu viel gedrückt einmal haben wir dort zu viel gedrückt und jetzt gibt es die chance für ta und hakan wieder sich hier wieder zu beweisen wunderschön hier gleich der frisch eingewechselte es ist noch gibt da erst mal meinen freistoß es gibt doch mal den ball hier jetzt ist es aus das spiel schnell kann es gehen 0 zu 2 gewinnen wir unsere erste partie im deutschen pokal und ich hoffe ihr hattet genauso viel spaß es war schon ein bisschen zäh gebe ich ganz ehrlich zu aber das sind erst die anfangsgegner und die nächsten werden definitiv hätte aber wir dürfen nicht vergessen unsere augenblickliches ziel dürfen wir nicht aus den augen lassen das ist das erreichen der europa league ja das wird ja von uns vertraglich sind wir dazu ja verpflichtet ja und das müssen wir einholen und ihr seht die nächste bundesliga partie geht schon wieder weiter drei tage später also ist nicht viel ausruhen zeit da müssen wir wirklich viel noch mal wechseln und dieses ständige abkacken von diesem blöden ifc server es ist so nervig wir sind auf platz 20 gerade mit 24 punkten dicht hinter den bayern eigentlich teilen wir uns beide den ersten platz aber ja gut wir sind ja nicht so ne so dann werden wir den nächsten mal gucken was noch im büro auf uns wartet und was noch terminlich welche jungs da noch am sonnabend wieder fit sind so ich hoffe ihr schaltet dann auch wieder ein werden wir gegen brusia münchen glattbach immer in der bundesliga wieder mal hoffentlich ein sieg wiederholen ja bis dann liebe zockerfreunde tschüssikowski und bei vergisst nicht zu kommentieren bis dann und los ein abo da